Wie du mit KI richtig Cashen machen kannst, die Top 10 Möglichkeiten in 5 Minuten. Erstens, du gehst auf Midjourney und erstellst dein Meisterwerk mit nur 3 Worten. Zweitens, du lädst dein Design einfach in Print-on-Demand-Shops hoch. Die machen alles für dich. Drucken, verschicken und du zahlst nur, wenn das Ganze auch bestellt wird. So, und drittens, auf Etsy vermarkten und fertig. Erstens, du gehst auf wumi.com und erstellst nach deinem Geschmack deine Tracks. Automatisiert. Zweitens, in Midjourney holst du dir ein wunderschönes Cover mit 3 Worten. Drittens, in Spotify hochladen und auf Social Media bewerben. Fertig. Erstens, du gehst auf mocha.ai und lädst dort irgendein Foto von dem Produkt hoch. Dort wählst du dann deinen Stil aus und erhältst die perfekten Produktbilder. Und Referenzen hast du damit auch schon. Zweitens, du gehst auf die Plattform Fiverr und stellst dort deine Fotos als Beispiele hoch. Und drittens, jetzt bewirbst du das Ganze als Dienstleistung auf Social Media und fertig. MrBeast, Logan Paul, sie alle haben Top-Manager für deren Produkte. MrBeast mit Beast Burger, Logan Paul mit Prime. Das gleiche kannst du für kleinere Influencer machen. Supplements für Fitness-Influencer, Schminkprodukte für Beauty Stars. So funktioniert's. Erstens, das Brand-Design machst du auf Cardiff AI. Einfach eingeben, was du haben willst und du erhältst ein wunderschönes Produktdesign. Zweitens, jetzt gehst du auf Calva und die KI übernimmt den gesamten Beschaffungsprozess. Du musst nur deinen Preis eingeben und dich für einen Lieferanten entscheiden. Drittens, am Ende noch über den Account des Influencers bewerben. Erstens, du gehst auf Copy AI und fragst nach Kinderbuchideen. Sei kreativ und du erhältst sogar einen Titel. Das soll die KI jetzt bitte ausformulieren. Zweitens, du nimmst den Buchtitel und kreierst damit den Mitschern in die Illustrationen. Die Bilder und den Text baust du jetzt einfach zusammen. Drittens, jetzt noch auf Amazon KDP hochladen und auf Social Media bewerben. Fertig. Du gehst auf Gigapixel und kannst jedes noch so schlechte Bild abscallen. Als Sahnenstückchen auf Runway, jegliches Foto und die Unendlichkeit erweitern, den Stil ändern und, 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 und. Du bist zum Fotogott mit einem Klick. Diese Künste bietest du jetzt in der KI-Sparte von Fiverr an. Am Anfang, for free. Du sammelst viele Bewertungen und erhöhst dann deine Preise. Erstens, du gehst auf Ad Creative AI und kannst dort deine Ads mit einem Klick erstellen. Jeder benötigt derzeit Ads, aber keiner hat den Durchblick. Hier kommst du ins Spiel. Auch wenn du keine Ahnung hast, du legst die Füße hoch. Von Kampagne im Management bis zur Analyse über die Optimierung. Alles KI-gesteuert. Zweitens, diese Ads lädst du jetzt auf TikTok hoch und angelst deine Kunden. Du gehst auf Flawless AI und übersetzt mit einem Klick ganze Videos in jede erdenkliche Sprache. Die Mimik, die Aussprache, alles perfektioniert. Alle großen Influencer wollen ihre Videos in neue Märkte expandieren. Und da will keiner Englisch oder Deutsch hören. Aus den Videos machst du jetzt den Video AI, kurze Schnipsel und lädst das auf Social Media hoch. Das Geld kommt von ganz allein. Erstens, du gehst auf diese Website und erstellst automatisiert die geilsten Thumbnails. Zweitens, Videos zu Promotion kriegst du automatisch auf Pictory. Drittens, du lädst das Ganze auf YouTube hoch und bewirbst es auf Social Media. Mit dem Thumbnail steht und fällt der Erfolg eines jeden Creators. Die Leute werden dir die Tür eintrennen. Ja, ich kann die Bilder auch nicht mehr sehen, aber das Geschäftsmodell der App-Lancer ist super smart. Die verlangen für die Bilderstellung 29,99 Euro und haben nicht mal eine eigene KI, sondern nutzen Fremde for free. Die einzigen Kosten, die sie dabei hatten, war für die App-Entwicklung. Und das gleiche gilt für dich natürlich auch. Also verkauf einfach KI-Produkte und zapf dabei gratis KI-Präume an. Abonnieren, liken, teilen nicht vergessen. Die nächsten 10 Möglichkeiten warten schon auf euch.